Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Alpha Saphir. Wir sind hier in der gigantischen Stadt von Malvenfrost City und auf dem Zentralplatz, wie ich das so sehe. Und ich würde mal sagen, wir kaufen einmal im kleinen, aber feinen Pokémon Supermarkt ein. Und gucken mal, was wir so im Angebot haben. Achso, jetzt sieht man das mittlerweile da oben. Ist vielleicht auch ein bisschen besser gemacht. Ich muss jetzt auch mal ganz dringend was an euch loswerden. Und zwar, es ist wirklich wichtig, dass ihr die Sachen von der Demo überträgt. Weil ich habe das, um ehrlich zu sein, schon fast ein bisschen verdrängt, vergessen, wie man es halt hinnehmen will. Aber man muss auch sagen, man kann es auch durchaus vergessen. So nach dem Motto, oh, endlich Alpha Saphir in den Händen und dann vergisst man die Demo-Inhalte zu übertragen. Ähm, ja, die Dame gibt es übrigens auch im Originalspiel. Aber die steht natürlich nicht hier mitten auf der Einkaufsstraße. So. In der letzten Folge waren wir noch nicht in Malvenfrost TV. Und ja, die konkurrenzlose, das konkurrenzlose TV-Gebiet. Sehr interessant. So, was gibt es denn hier? Nö, erkenne ich nicht. Okay, eigentlich hätten sie die Herzen der Bewohner erhöhenst im Sturm erobern sollen. Aber dann kam der Promo und Wettbewerbs-Promo und die Höhlenmanager verschwanden von der Bildfläche. In manchen Geschenkläden findet man nur noch die ein oder andere Actionfigur von ihnen, aber das war's. Nicht, dass die irgendjemand kaufen würde. Tja, doof gelaufen, ne? Touristen sind bei uns herzlich willkommen. Ich glaube, nicht jedes Fernsehstudio ist so offen. Sü, was sagst du so? Jo, das wissen wir natürlich, dass es eine PSS-Funktion gibt. So, und das dürfte dann wahrscheinlich der Aufnahmeraum sein. Och, das ist ja gigantomanisch. Wer sagt denn heutzutage gigantomanisch? Meine Damen und Herren, das sind die Poké-Nachrichten heute mit den Themen. Wenn ihr diese kryptischen Informationen da hinten lesen könnt, seid ihr meine wahren Helden. Aber danke, dass ihr bei den Nachrichten zugesehen habt. Eure Gundula-Gause. Nein. Meine Güte. So. Wir sind hier aus Klassenfahrt mit unserem Sozialkundelehrer. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich ihr ein Autogramm vom Moderator, der letzte Schreie, mitbringe. Übrigens, ganz interessant ist auch die Tatsache, muss ich jetzt mal sagen, wir waren mal auf der deutschen Börse mit der Schule gewesen. Und die haben zu uns gesagt, bitte bloß nicht in die Kameras winken. Und ich habe dann zu meinen Kumpels so, mit denen ich mich besser verstanden habe, habe ich mir zu denen gesagt, weißt du was? Wenn die sich jetzt umdreht, dann winken wir alle auf drei gleichzeitig in die Kamera. Dann war die halt so mit meinem Wirtschaftslehrer beschäftigt. Und dann auf einmal, eins, zwei, drei. Und dann haben wir alle gewunken. Und auf einmal dreht sich der von NTV um und winkt auch. Bloß ich habe die Folge nicht gesehen. Mann, ich habe mich so aufgeregt, dass ich die Folge nicht finden konnte. Aber ich weiß ganz genau, der hat sich umgedreht und gewunken. Und der war auch live auf Sendung, weil ich habe nämlich das rote Lämpchen gesehen, das da geläuchtet hat. Es war sowas von krank, ey. Computer, Erkennung fehlgeschlagen. Dieser Aufzug kann nur von Mietern der Residenz mal benutzt werden. Sag mal, habe ich einen Computerchip in meinem Ohr oder warum ist die Erkennung fehlgeschlagen? Ach ja, Heiko, hei, 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 hei. Jo, bitte darf ich, bitte, bitte, bitte. Warum musst du immer alles überstürzen, Heiko? Seit deinem Leben dem Pokémon-Witness geht es dir viel besser. Aber übernimm doch nicht gleich wieder, indem du plötzlich in eine Arena antrittst. Ich will aber, ich will aber in die Arena. Oh, da ist ja Daniel. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Trassel und ich viel stärker geworden. So, deshalb, meine Bitte, kämpfe gegen mich, Daniel. Ja, machen wir. Vielen Dank. Okay, fangen wir gleich an. Und jetzt hören wir zum ersten Mal die Musik von Heiko. Es gibt keine. Schade. Schade! Schade! Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich hätte mich ja ernsthaft mal gefreut, dass es jetzt hier mal eine Heiko-Musik gibt. Nein! Standard Höhenbattle. Okay, meinetwegen. Trassel ist mittlerweile anfällig gegenüber von Stahlattacken. Gegenüber von Stahlattacken. Denn, ja, es ist ja auch mittlerweile ein Feentyp. Arme Heiko. Musste eine herbe Niederlage einstecken. Ich glaube, der Kampf hat keine zwei Sekunden gedauert. Okay, ich gehe zurück. Nachwiesen vor. Vielen Dank, Daniel. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe. So. Sei doch nicht so gleich so niedergeschlagen, Heiko. Was hält dich davon ab, nach und nach stärker und stärker zu werden? Richtig! Nichts! Komm, lass uns nach Hause gehen. So, übrigens gibt es auch um Malvenfrohe City viel zu tun für uns. Ich weiß nicht, wie viel es noch zu tun gibt. Bitte erkenne mich als deinen Riva. Ach, ich rede wieder dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ach, der Arme, der läuft ja rot an, ey. Aber wenigstens hat Heiko ein Team. Das finde ich schon mal positiv. Jo, natürlich. Und was kriege ich denn? Ach ja, stimmt. Ich kriege Zertrümmerer. Kann ich auch das nächste Rätsel im Rätselhaus machen? Apropos. Ich muss eigentlich in alle Richtungen von Malvenfrohe City jetzt gerade im Moment gehen. Was ja aber witzig ist, ne? Weil Malvenfrohe City an sich schon sehr, sehr groß ist. Und ja. Das ist halt nicht so toll. Wir können auch als Fahrrad einsetzen. Ach, das macht so viel Spaß. Und jetzt bin ich versehentlich in die falsche Richtung gefahren. Aber man muss sagen, er beherrscht das Fahrradfahren viel besser als der Konkurrent. Aus Carlos hier. Ja, ich kann sowas nicht benutzen hier, ne? Also, das hätten die zum Beispiel auch vielleicht machen können. Tja. Eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Wundert mich jetzt auch irgendwie wenig. Die Gastromeile. Ist das dann sowas wie, äh, in Carlos diese ganzen Essstände? Huch, was gibt's? Okay, dann gib mal in der Theke deine Bestellung auf. Es stehen insgesamt... Setz dich auf einen freien Platz und warte. Okay. Okay. Sollen wir das mal versuchen? Ich glaub, das können wir mal versuchen, oder? Okay. Okay, der hat schon anscheinend genug gefressen. So, dann stellen wir uns mal an. Okay, anscheinend funktioniert das noch nicht. Was bist du denn? Das Dorf-Sandwich-Menü macht 1000 Pogedollar. Cool, so. Das ist ja cool gemacht. Ach, hi. Hey, das ist mein Platz. Ich hab da mein Handtuch draufgeworfen. Deutsche sind ja immer so welche, die werfen ihr Handtuch irgendwo drauf und sagen, äh, das ist meins. Da kannst du auch aufs Smartphone ein Handtuch draufwerfen und dann sagen die, äh, das ist meins. Bei den Deutschen ist das halt so. Und wenn ich dieses Handtuch auf Schneckmark werfe, dann sage ich zu Schneckmark, du bist meins. Auch wenn es wahrscheinlich lodernd in Flammen aufgehen würde, dank des Flammkörpers von Schneckmark. Ist ja auch lustig übrigens, dass genau das Pokémon kommt, wogegen hier mein Methang anfällig ist. Ich hab übrigens die EP-Teile immer noch nicht ausgemacht. Und ich werde es euch jetzt versprechen, ich mach ihn jetzt nach dieser Fünf-Gang-Menü-Serie aus. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. So. Ist um ja einen neuen Platz. Jetzt noch drei Runden, bis das Essen fertig ist. Okay. Specker. Ich würde mein Kind auch Specker nennen. Vor allen Dingen, wenn es in der Gastromeile arbeitet. Nach drei Runden ist es fertig. Mach mal Metallklau, damit es nicht K.O. geht. Guck mal, wie gut ich bin. Ha. So, jetzt machen wir Zen-Kopfstoß, damit es daneben geht. Oh, Methang. Verfehle dein Ziel mit Zen-Kopfstoß. Och, Methang. So, jetzt brauche ich noch eine Runde, leider. Zickzacks, Level 17. Lehmzula. Ach Gott, das lernt schon wieder eine Attacke. Ich habe übrigens gerade in den Kommentaren gelesen. Level 11, Level 12, Level 13 und Level 17. Meine Fresse, Zickzacks lernt Attacken, ey. So, noch eine Runde. Ne? Hi, du schon wieder. Ich will diesen Platz, auch wenn ich ihn mir mit Gewalt nehmen muss. Nehmen wir diese gewaltsamen, äh, Teenager. Die haben irgendwie alle Namen nach Essen benannt. Schinkiebert. Da kriegst du Hunger, wenn du kämpfst. Das geht mal gar nicht, Nintendo. Da kriegst du Hunger, während du kämpfst. Während. Nicht danach, während. Jetzt habe ich Lust auf so ein Brot mit Schinken drauf. Oh, das wäre es. Mit so einem Rama oder Margarine, ne? Oh, ein bisschen Salz noch. Schinkiebert. Schinkiebert. So kann man seinen Schinken auch gerne nennen. Oh. Mein Takeo entwickelt sich. Dank Schinkiebert. Kappels scheinen wohl Schinken gar nicht zu mögen. So, da ist es. Kappels. Ach ja. Tempoheep müsstest du so lernen, oder? Juhu. Dann vergessen wir doch mal die starre Spur, ey. Bim. Prioritätsattacke Tempoheep. Die wird uns in der Arena noch sehr, sehr nützlich sein. Wartet mal ab. So. Mein Essen ist überfällig, hä? Was? Ja, komm. Du kannst dir jetzt dein Essen abholen. Wow. Cool, ich hab ein Nugget bekommen. Ja, eindeutig. Habt ihr das gesehen? Ich kann hier definitiv die ganze Sache in meine Hand nehmen. In meiner Tasche verstauen. Übrigens ein sehr umweltfreundlicher Gedanke, dass man danach auch denkt. Das ist typisch umweltfreundlich. Nintendo denkt sich so, okay, wir machen's cool und machen so ein Menü wie in, äh, hier Carlos. Lassen die dann so gewisse Rundenanzahl sitzen und dann denken wir an die Umweltfreundlichkeit. Holen das Metallgeschirr ab, was man natürlich abspülen könnte. Gehen zurück zum Tisch und dann denken sie so, ja, man kann's in die Tasche verstauen, dann essen wir's und werfen's danach umweltfreundlich in den blauen Abfalleimer. Ja, Nintendo, hier hast du's eindeutig verkackt, meiner Meinung nach. Erst zu den umweltfreundlichen Gedanken pflegen und dann einfach das ganze, äh, Menü wegwerfen. Das geht gar nicht. Was aber schon viel eher geht. Mit dem Fahrrad durch ganz Malven vorzufahren. Ach, ach, das macht Spaß. Was bist denn du überhaupt für ein Gebäude, das ich noch nicht kenne? Café Orange Noise, Café Musik und du. Was gibt's denn hier für Musik? Hat sich grad die Twit... Ach, das sieht hier aus wie ein Carlos hier. Cool, kriegt TM48 Kanon Okay Was bist du für den komische Typ? Flufflflurmel, das haben wir auch schon gesehen So Hm, sieht mir auch hier irgendjemand was vor Kelde oder Meletta Hm, haben wir beides nicht, ne? Vielleicht kriege ich ja eins von euch, wenn ihr ganz belieb und brav zu mir seid Übrigens, was auch ganz interessant ist, mein Pomon X Let's Play hatte größere Resonanzen teilweise als dieses hier Das hat mich dann schon ein bisschen verwundert Ach ja, die legendäre Route 118 Wie man sie kennt und liebt So, jetzt habe ich gesagt Äh Obwohl, wir machen Fluffy mal nach vorne Und dann Habe ich mir auch gedacht, müssen wir nochmal ins Pomon Center Weil ich habe ja noch hier Pfiffchen auf der Box Und das ist ja Gerade nicht so auf einem hohen Level So, dann springen wir einmal Und werden von der Aromalady begrüßt Aromalady Rosmarine mit Mirabla und natürlich Roselia So im Level 16 rum müssen die sein Jo, dann habe ich doch alles noch in Erinnerung Flügelschlag Das war's für Mirabla Unsere kleine Pflanze hier Level 22 für Fruffy Erteilungswerte steigen Nicht Roselia Kann sich ja mittlerweile zu Roserade weiterentwickeln Und wie Knospi ist die Vorentwicklung Und hat so drei Also Insgesamt drei Verschiedene Pomon Typen Wie komme ich jetzt auf Pomon Typen? Es hat zwei Entwicklungen Die eine Babyform ist natürlich Knospi Und dann Roselia zu Roserade Aber was rede ich hier? Auch ein Schwalbini kann sich weiterentwickeln Zu Schwalbos Meine Güte! Dauernde Entwicklungen hier in der Wolke! Habe ich jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet Aber gerne doch! Hallo Schwalbos! Ach ja, was ein anmutiges Pomon Es ist übrigens, glaube ich, das erste Pomon Was nicht per Entwicklung eine Attacke lernt Oh, was bist du? Sternenstaub Alter, es sieht alles noch so haargenau gleich aus, ne? Jo, die Herzschubbe gab es auch damals schon Ein Angler braucht eine gute Ausrüstung Und ich brauche einen guten Kampf Garnivana von Angler Elam Das ja mittlerweile ein Schwalbos ist Aeroas Brauhaut wirkt Jo, damit kann ich leben Ja, der liebe Angler ist besiegt Schön Mit einer Attacke namens Surfer kann man gemeinsam mit seinem Pomon Und wir müssen wegleiten Schön Dürfte ich dich jetzt mal ansprechen Das habe ich übrigens auch mal gesagt Ähm, dass die Trainer uns teilweise aus falschen Richtungen sehen können Man hat es jetzt ganz gut gesehen Dass er mich überhaupt nicht angesehen hat Und trotzdem mich gesehen hat Was keinen Sinn ergibt Absolut nicht Er hat nach unten geschaut Während ich an ihm links vorbeifahre Und ja Dann hat er mich gesehen Sicher doch Magnetilo Hat aber leider ein kleines Problem Elektroattacken haben nämlich keine Wirkung Gegen fünf Bullentypen Schlammbombe Das war wohl Magnetilos letzte Attacke Die es mitbekommen hat Flurmel Da kann man natürlich wieder zu Fafi wechseln Übrigens ist das auch schön Dass man dann die EP-Teile auch mal ausmachen kann Wenn man sagt Okay, ich kann Pomon hier die Stirn bieten Und wir brauchen hier Die EP-Teile erstmal nicht mehr Das wird jetzt auch klasse Beispiel an meinem Pfiffchen sein Weil es ist nämlich glaube ich Genau auf Level 16 Und es eignet sich so perfekt Hier dann zum Trainieren Was ich ein bisschen schade finde Dass ich halt den EP-Teile zum Tragen Nicht mehr geben kann Weil den hätte ich eigentlich Mir so gewünscht Für so gezielteres Training Aber ja Den haben sie dann halt Einfach komplett abgeschafft Man merkt mit dem Eilerrad zu fahren Ist nicht unbedingt immer Einfach Also die genauen Moves Fallen relativ Schwer So Da ist die Aromalady Wie gesagt Mehr gibt es auf dieser Route Hier erstmal noch nicht zu sehen So Wo war das Pokémon Center Wo war das Pokémon Center He 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 So Wo bin ich denn Jetzt muss ich mir das ja auch noch angucken Wie so Wie so ein Tourist halt Ne Alles klar Alles klar Wunderbar Wir wissen schon mal Dass wir hier lang müssen Ich finde es ein bisschen schade Dass diese episch kolossalen Türen Da nicht aufgehen So wie hier beim Pokémon Center Oder so Dass man halt immer dieses Ich fahre ins Schwarze rein Und Ich Das Das finde ich Ein bisschen nervig schon fast Ja Ich fand diese Übergänge Vielleicht damals Sogar Ein bisschen besser Weil man merkt Es gibt teilweise An roten Stellen Übergänge Wo es vorher Überhaupt Gar keine gab Und es nervt einfach Wenn man da Also Wenn man im Spielverlauf Selbst Nur einmal da ist Nervt es zwar nicht Aber danach Wenn man Permanent Irgendwelche Pokémon trainieren will Dort Ne Das geht gar nicht Finde ich persönlich Gut Das ist übrigens sehr schön gemacht Hier mit der transparenten Kuppel Route 111 Wie sie leibt Und lebt Ja Hier war übrigens In Pokémon Smaragd Der Trainer Und darum gewesen Den gab es ja Aber hier In Pokémon Smaragd Nicht So Ach ja Das Wasser ist tiefblau Und schön Und anmütig So Da ist natürlich Das Lieblingshaus Eines jeden Pokémon Trainers Haus der Seekers Die Herzen unserer Familie Schlagen Im Einklang Meine Damen und Herren Ich würde mal sagen Hier am Familie Haus Seekers Machen wir jetzt Erstmal Schluss Und in der nächsten Folge Sehen wir uns wieder hier Mit einigen spannenden Einzelkämpfen Und ich hab Fiffchen nicht mitgenommen Ich nehme in der nächsten Folge Fiffchen direkt mit Liken und Fiffchen nicht Vergessen natürlich Das ist ganz wichtig So dass die Freunde von euch Auch hier die Folge sehen können Ich bin jetzt erstmal weg Euer Pokémon Tutorial TV Ja meine Damen und Herren Vielen Dank fürs Zusehen Bei diesem Let's Play hier Hier sind noch zwei Videos Die euch eventuell auch interessieren Könnten Nämlich das Pokémon X Let's Play Auf der linken Und das Let's Glitch Der sechsten Generation Auf der rechten Seite Liken und favorisieren Dieses Videos Natürlich nicht vergessen Und falls ihr das noch nicht getan habt Könnt ihr mich natürlich auch Unter dem Abonnieren Button Abonnieren Bis zum nächsten Mal